Das wird nicht funktionieren. Natürlich nicht. Wie fehlt? Ich weiß nicht, ob das dann nachwächst. So. Jetzt... Garten... Zäune... Zau. Zau, zau, zau. Zau, zau, zau. Und... Schluss. Produktionen... Ah, hier. Ganz schön groß. Bisschen öde. Vielleicht fällt uns noch was ein, wie wir das verhübschen. Ähm, ja. So. Das da vorne finde ich einfach zu cool mit den Vogelscheuchen. Deswegen will ich das... Ich will das nicht wegmachen. Wenn wir das Rennen auch mal von oben anschauen können. »Geschön muss wieder.« »Mein quoi?« »Nähen?« »Ist das?« »Nähen?« »Märme?« »Sylka?» »Sylka?« »Version?« »Märme?« okay dafür haben wir zu wenig stein zieht mehr stein zieht mit die ist groß also auch noch wohin dann die ecke wieder gehen die serie mal zur seite so schön mondlicht rein aber das wollen wir gar nicht so fondament schlossboden was haben wir denn unten das quadratische muster ebonit habe ich als lagerraum den genommen haben wir hier mal diamant muster dann in den nächsten etage das mache aber nicht weil weiß ich jetzt auch nicht er fordert weg zum boden ach warte genauso war das ich mache jetzt eine kleine guftkammer äh grabstaub würde einen noch fehlen dann hätten wir hier oben eine schöne guftkammer ich lasse mal ein bisschen was da sonst prob ich mich zu sehr aus so wende so 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 Bochtest du? das ist hier oben so zu und hier noch eine tür hier auch noch eine tür genau dann tragen wir jetzt mal die Särge hoch so 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 mach ich mal was anderes den hier den nehm ich noch ein Tauch der passt nicht aufzustanden gut hin ich hab sie nicht ganz mittig gestellt die Särge so so gar nicht ganz so 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 das Schloss jetzt hier reinbauen würde jetzt sogar hier in die Ecke jetzt fahren gleich die Vögel an zu zwitschern das ist doch ganz gut hier mit Verschlinger ähm jetzt stell ich mal hier in die Ecke eigentlich sollte er da schon mit da rein aber das ist ein bisschen gefährlich jetzt wenn er nicht wenn er nicht abseits steht unser Lagerraum wird fast zu klein jetzt ich könnte natürlich das Archimie Labor um diese Ecke hier verkleinern und das Lager vergrößern dann hätte ich ne wenn ich eine Wand mehr wo ich was hinstellen kann oder ach das wäre jetzt nicht so dramatisch wenn der da steht so dann würde ich nämlich hier hinten diesen Raum hier den teile ich nochmal die Wiese stehe ich mal kurz da vorne hin so das hier stehe ich mal auch erstmal weiter vor und dann baue ich hier mal ne Wand rein oh es fehlt uns Bretter weiter sind leicht zu bekommen und dann Zwölf, eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, okay das geht. Das sieht allerdings aus wie so ein Badezimmer. Das sieht aus wie so ein Badezimmer. Das sieht aus wie so ein Badezimmer. Das hier sieht einfach am hübschsten aus. Ebenfalls sind das. Das sieht aus wie so ein Badezimmer. So, Schlinge hatten wir hier so entstand. Und. Das sieht aus wie so ein Badezimmer. Hm. Ist eigentlich. Okay. Ist jetzt glaube ich, wäre jetzt nicht so gut, wenn wir Gegner, wenn Gegner ins Schloss kommen würden. Also die Käfige ist eh erstmal noch wurscht. Oh, da steht so weit vorne. Jetzt. Dann holen wir uns hier mal ne Beute rein. Dann. 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 das ist schlecht okay der war zu stark das kann ich mich nicht weiter heilen zu wenig blut naja tatsächlich deswegen deshalb ihnen das mal nicht